Ich bin T-Net. Was bist du T-Net? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pumpkin Days. Ich hätte beinahe was anderes gesagt. Ja, ihr Lieben, wo waren wir stehen geblieben? Der Markt ist auf jeden Fall weg. Ja, ich muss da noch was erwähnen. Nee, nicht schon wieder Grüße hier. Ich muss erwähnen, dass ich... Ja, das war ja bei mir, meine Folge war ja so ein richtig lustiger Cut drin gewesen, weil ich wollte ja da, ich glaube, 16 eingeben. Hab ich 16? 16 mal Holz, ja. 16 mal Holz wollte ich eingeben, aber... Die 6 ist bei mir hier OBS starten und stoppen. Die Aufnahme. Also, ähm, gab es einen fetten Cut ohne Verabschiedung. Sorry. Halli ist ein Mut, man hört. Alter, Finne. Ich gehe jetzt zu meinem Haus. Ich wollte hier in Eis und Wee, das geht ja gar nicht. Ja, ihr Lieben, vielleicht bekommen wir es auch ein bisschen mit. Die Halli hört sich ein bisschen anders an, denn die Halli hat ein... Ein Mikro. Yeah, ja. Tschüss. Die Halli freut sich, deswegen kann es sein, dass du jetzt so eine leichten... Ähm, kann sein, dass die Halli jetzt ein bisschen lauter ist. Juhu. Äh, wie? Ähm, da sind wir noch ein bisschen am Ausprobieren und Handhaben und ich würde sagen, wir gehen mal alle schön schlafen, ne, Beutelchen? Reingeschwind. Ich glaube, ich muss Beutelchen ein Bettchen bringen. Ich mache Post. Post. Yay. Deutsch, bitte. Ich kann nichts lesen. Elia. Ja, bitte. Wo ist mein Bett? Ja, bitte. Ja, wo ist mein Bett, Mann? Warte mal. Ich gucke in eine falsche Richtung. Verdammt, warte mal. Ich will schlafen gehen. Ich muss weiter. Ich glaube, ähm, die Richtung war... Ja, das sieht... Ich bin auf jeden Fall irgendwo da unten. Juhu. Es regnet hier immer noch. Und der Markt ist verschwunden. Wo verkaufe ich jetzt mein Holz? Holz ist los alt. Echt? Naja, kannst du lange warten. Ich habe einen weiten Weg. Müssen wir mal gucken, ob wir unsere Früchte... Uh. Uh. Guckt mal hier. Warte mal. Ich habe eine Mondblume. Schon wieder. Kann ich den Nachbarn hier echt nicht knallen? Was? Die erntet dann Sachen. Das dampft bei mir hier alles. Ähm. Mit deiner Maus da raufklicken. Oh, ich kann hier wieder... Kann ich die schicken streicheln? Nee, macht er komischerweise nicht. Ey, ich will die streicheln. Hier, es will irgendwas Milch geben. Warte mal. Dunkel. Ist das die meine... Oh, Kali. Alter, ja. Ich bin immer noch am Rennen. Meine Hütte ist offen. Ja, doch. Warte. Wir müssen ja auch nicht warten. Juhu. Wissen, ich bin heute sagt es auch. Ich schlafe, meine. Wieder was lernen bei mir. Ich schlafe. Gute Nacht. Oh, ja. Jetzt kann ich... Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass die Kali sich anders anhört. Ich kann jetzt Dingsamen setzen. Keine Ahnung, warte mal. Dingsamen. Alter. Mein Gott, das wird ja mal penetranter hier mit dem Rotz. Ähm. Erntest du das ganze Feld ab? Wer? Bei einer Kartoffel? Hab ich gemacht. Wir haben doch nichts. Also, ich hab dann auch Samen gemacht. Ähm. Aus den Kartoffeln Samen. Und jetzt hab ich mehr Samen. Und dementsprechend... Ich wollte nur wissen, ob du das ganze Feld abbaust. Ja, wollte ich jetzt gar nicht wissen. Ja, aber das waren noch nur vier oder fünf Felder am Anfang. Naja, ich hab ein bisschen mehr gesetzt. Ja, ja. Und die Kartoffeln sind ein bisschen verbackt bei mir. Die schweben bei mir rum. So. In mir. Das ist ja immer noch feucht, oder? Warte mal. Wir können ja mal eine Probe machen. Eine Gießprobe. Ja, komm. Jo, Mann. Nimm's ab. Hier, mach mal voll. Ich hab immer noch Holz zu verticken. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So, ich hab Weizen. Äh, deine Katze rastet wieder aus. Man hört's irgendwie. Ja, ist zum Kotzen, ey. In jeder beschissenen Kackfolge. Immer dasselbe Theater am Anfang. Bis sie sich dran gewöhnt hat. Oh, ich bin, ich, ich bin wieder am Heulen. Jetzt. Oh. Da bin ich jemand in den Arm. Warte mal, dann möchte ich ihn doch mitnehmen. So traurig, ey. Äh. Oh Gott, ich mach hier gleich das alles nach. Wie lege ich meine Axt weg? Alter, sorry, ey. Ach so, so. Ja, schön. Den Rest können wir verkaufen. Ach, Herr Jebedee. Nein, ich will doch nicht. Ach, warte mal. Ach. Was macht es denn? Ich kann doch springen, ja. Ich will doch nur hier rüber springen. Aber jedes Mal nimmt die Trotter die Axt wieder in die Hand. Was ist denn hier? Haben wir wieder einen Markt in der Mitte? Oder muss ich irgendwo anders hin mit meinem kostbaren Gut? Warte mal, wie viel von dem kostbaren? 22. Ich hab noch sechs Kartoffeln. Kartoschkis. Los, lasst uns bitte treffen, Mann. Lasst uns handeln. Ey, gib mir Geld. Ich mag gerade hier auch was. Ich hab Kartoffeln, Mann. Alter, ich hab noch nicht mal Schuhe. Unterstütze er mich doch mal hier. Dann hättest du vielleicht dir mal... Ich kann mir noch nicht mal einen krassen BH leisten. Die sind sogar billig wahrscheinlich. Brauch mal nicht so viel Stoff. Mein Gott. Selbst schuld. Dass sie mich überhaupt dulden. Der Markt ist weg. Verdammt. Wo ist jetzt der Holzladen? Warte mal. Ich komme. Ich kann aus meinem Holz bestimmt so eine Platte machen. Keine Ahnung. Wie spät haben wir es denn? Ach, wird schon passen. Nein, doch nicht darauf. Ich fang bald an zu heulen. Okay, lasst mal gucken. Das ziehen wir jetzt einfach mal hier hin. Wir sind jetzt mal schlau. Kann ich das hier raufpacken? Sorry, ich wollte nicht nachholen. Ich glaube, ich stand schon mal davor. Das war jetzt auch ein paar Tage her, dass wir das hier wieder gespielt haben. Ich weiß nicht, das... So, ich komme nicht klar mit meinem Holz. Ich heule auf den Nix. Ey, ich hab Holz. Hast du Bock auf Holz? Nö, er hat keinen Bock auf Holz. Alles klar. Gut. Ähm... Wir werden... Ich hab ein Holz-BH. Hat sich das jemanden interessiert? Wo seid ihr, Noobs denn? Guck mal, ich glaube, hier läuft ein Arzt. Ach ja, stimmt. Das ist doch ein Tierarzt. Mein Gott. Ich hab Holz. Ich muss was verticken. Ich brauch Schuhe. So, die vier. Beutel, Beutel. Guck mal. Oh, ist weit. Guck mal, ihr Polz. Wie war ich denn jetzt los, Mann? Das ist traurig, wa? Wir können uns dann auch keine Gießkanne mehr leisten, wenn das hier alles... Was ist denn... Oh Gott. Elia, Mann. Ja, bin schon unterwegs. Steht alles auf... Englisch. Ich bin überfordert. Ich hab immer noch Holz in meiner... Dingsbums, warte mal. Beutel, Mann. Das ist doch schon feucht. Ja? Er legt sich wieder aus der Hand. Guck mal. Beutel, Beutel. Den Unterschied erkennst du hier. Da, wo ich draufstehe... Na, bei Beutel, Mann. Da, wo ich draufstehe, das ist trocken, ja? Das ist trockener Boden. Und das hast du hier schon alles befeuchtet. Interessiert mich nicht. Rede ich mit dir? Siehste, Beutelchen? Die wollen schon wieder pennen. Ey, weißt du, was ich für den Weg wieder zurück habe, Mann? Das dauert Stunden. Also, wovor ticke ich jetzt mein... Pflänzt du etwa auch? Oh Gott. Das ist so traurig. Ja, ich muss auch schlafen gehen. Wollen wir wieder schlafen gehen? Wo werde ich mein Holz los? Elia, Mann. Riegel das. Wo soll ich hin eigentlich hin? Na, die liegt schon im Bett. Die muss schlafen. Ja, ich habe Kartoffeln. Die verkaufe ich jetzt irgendwo. Was? Was, Kartoffeln? Ich habe auch noch sechs Stücke. Ich will die ja verkaufen. Aber wenn die keine haben möchten, dann mache ich Samen draus. Und werde diese dann einpflanzen. So. Was haben wir denn hier? Da ich jetzt nicht weiß, wo ich lang muss. Wer bin ich denn? Mit Kartoffeln. I need two of them in seven days. Is for a... Hab's voll krass verstanden. Hallo? Willst du oiz? Äh, wo sind die Tessa hier? Guck mal hier. Ach, scheiße. Ich will nicht. Ich trau mich nicht. Hat einer die Tessa gesehen? Wer ist Tessa? Blond. Nee. Bin ich nicht. Was machten die? Kartoffeln. Gott. Hi, Tessa. Warte mal. Ich habe auch Kartoffeln. Yes. Bing. Was? Oder, hä? Wieso hat das Bing bei mir gemacht? Hast du was... Habe ich Geld? Hilly, ah. Also ich habe ihr... Uh, ich habe zwölf Dollar bekommen. Zwölf? Hier, du musst hier ran und hier an die Tafel und das akzeptieren. Ähm. Da steht dann immer, was du brauchst und wer das ist. Irgendein Schmuck. Körbchen Petersilie. Habe ich nicht. Habe ich alles nicht. Habe ich nicht. Ich gebe hin. Habe ich nicht. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit rumflägen. Also kann ich der Nuss, die keine Kartoffeln? Alter. Man merkt, man wird hier echt reich. Habe ich nicht. Okay. Kidnappen zehnmal. Lauf ich denn hier richtig lang? Das musst du wissen. Jo, sieht... Sieht... Voll gut aus. Ich beeile mich. Ja, auch. Dauert ein bisschen. Können wir eine Abkürzung nehmen? Dann sehe ich es doch schon. Juhu. Gott sei Dank tue ich mir nicht weh. Mein Nachbar ist wieder draußen. Hallo, Nachbar. Guck mal, du hast so viel. Weißt du, teile doch mal mit mir. Glaub ich eigentlich. Wo ist meine Hütte? Oh, ich liege auch. Das ist nicht meine Hütte. Warum ist meine nicht so groß, Mann? Ja, doch. Ich renne. Ich liege. Wir müssen unbedingt eine Axt holen. Am Tag penn, wie geil. Guten Morgen. Es regnet. Wir brauchen ganz Gießen. Nice. Doch, Gießen. Gänseblümchen. Warte mal. Warum? Hier, Mann. Ich helfe nach. Und immer schön drauf latschen. Das bringt es total. Aber werden wir das erstmal nicht brauchen? Nein, nicht zweimal, Mann. Einmal. Ist das dunkel? Warte mal. Denk doch an die Gießkanne, du Nuss. Hättet ins. Ist das jetzt? Nö, ich hab noch einen Schluck. Ich hab noch einen Schluck. Ich hab immer noch einen Schluck. Geil. Jetzt leer. Trink. Fulenzier, trink. Nein, nicht. Das schubst du zweimal. Verdammt. Verdammt. Okay. Soll ich noch mehr Holz schlagen? Ist trotzdem dunkel. Wenn ich dir diesen... Hab ich schon mal ausprobiert, ne? Den Baum? Ich brauch irgendwas anderes. So, ich verticke mal jetzt irgendwo meine Katochkis. Aber wo denn? Bei dir, neben dem Schluck. Echt? Bei mir? Warte. Ich will auch verticken. Der müsste unser Sail das kaufen. Hui, warte mal. Alter, was macht die Trollader? Nur springen. Wieso holst du denn permanent die Dingsbums raus? Jetzt reicht's. So, dann wollen wir mal Beutelchen abholen. Wo sammelt es hier ein? Da kommt dir das Beutelchen entgegen. Ja, fein Beutelchen. Komm mit. Hallo. Beutelchen bekommen. Bock auf Kartoffeln? Wir gehen jetzt mal zu Kalli. Ähm. Gehen los. Alter, wieso ist das hier auf Englisch? Elia, Mann. Ich brauch deine Englischkenntnisse. Wo bist du? Haha, schnell weg. Los, komm. Schnell weg. Dann weiß ich jetzt gar nicht. Ich krieg mich jetzt einfach dämlich durch. So ein Rotz. Wie, du kannst kein Englisch? Nö, will ich auch gar nicht. Hier. Okay, geht nicht. Wie wär's mit... Nein, das ist ja Dingsbums. Wat? Wat für Pocken? Wo ist denn die Kalli eigentlich hin? Na, hier in dem Laden. Direkt neben meinen Dingsbums. Wir gehen jetzt zu dir. Warte mal. Achso, da. Was hab ich... Ich hab die... Ich hab ne Kartoffel in der Hand. Warum hab ich ne Kartoffel in der Hand? Weil es drauf... Hier. Jetzt nimm doch mal diese... Nope. Nichts nope, Mann. Hey, der will keine Kartoffeln. Das... Kappersprache. Versteh ich. Wieso hab ich jetzt diese dämliche Kartoffel in der Hand? Warum bin ich Zweiter? Ich will nicht Zweiter sein. Ich will Erster sein. Hast du irgendwas verkauft? Sag mal. Was? Ich bin Erst... Nein. Ich hab nix verkauft. Ich guck mal. Boah, es garantiert irgendwas verkauft. Nein, hab ich... Ich hab kein Geld. Aber meine Kartoffel ist weg. Ich hatte Sechs. Wo ist meine sechste Kartoffel hin? Elia, Mann. Wo ist meine Kartoffel? Meine sechste. Ich hab aber nur Geld. Ich hab keine Ahnung, wo deine Kartoffel ist. Hab ich die gegessen? Hm. Wui. Elia? Nein. Ich warte immer noch. Seid ihr schon da? Wollt ihr mich veräppeln? Komm, Beutel, Beutel. Ähm. Beutel, Mann. Bist du puddelig? Wirklich? Kann man irgendwas mit dir machen? So ein bisschen stänkern? Nee, geht gar nicht. Was, du Schwein. Und? Fünf. Kartoffeln hielt man. Will der Holz? Kartoffeln pflanzen hielt man früher für Teufelspflanzen aus der Hölle? Weil sie unter der Erde wachsen. Warte mal, jetzt muss ich aufpassen. Ach, hey, Mini. Ach, der kauft nur Seeds. Oh, really? Ich hab Geld gekriegt. Ich hab meine Kartoffeln verkauft. Wuhu. Keil. Ich auch. Was warnt das jetzt schon wieder? Mikromelle? Ähm. M&M. Äh, da können wir eigentlich auch zehn verkaufen. Was hast du denn schon wieder alles? Äh, ich pflanze halt. Beutelchen. Muss Baumsaan. Wenn du mit den Sebastian-Rier quatschst, ne? Die Dünger. Linker, linker Mausklick auf Buy and Sell. Dann drückst du unten auf Sell. Dann klickst du in dein Inventar auf die Pflanze, die du verkaufen möchtest. Dann blüppt unten links, ähm, das Produkt auf. Und dann kannst du die Zahl eingeben, wie viel du verkaufen möchtest. Und drückst dann auf Sell. Oder du drückst auf Sell All. Dann heißt es, dann verkaufst du alle Kartoffeln zum Beispiel. Äh? Hat sie nicht verstanden. Und wo werde ich jetzt meinen, ich hab jetzt, ich muss jetzt Samen-Dings da einpflanzen. Wo werde ich meinen Holz los? Gute Frage. Nächste Frage. Wahrscheinlich beim, äh, Dings. Da war ich ja schon. Der schüttelt immer nur den Kopf, der Noob. Und ich weiß nicht warum. So, ich hab hier irgendwelche grünen Dinger. Ich hab hier irgendwelche davon. Und die Pflanze mal auf einmal, weil es einfach nur schön ist. Ich hab jetzt 9,92. Ich kann mir auf jeden Fall eine gute Axt oder sowas holen. Ähm. Juhu. Blumen wollte die eine auf jeden Fall. Oh Gott, das ist traurig. Ja, 92 hab ich. Warum, ey? Äh, ich, ich lass es lieber. Irgendwie ist das so unfair. Ach, hier bin ich, warte mal, nein, da war ja die Kartoffel. Hab ich eigentlich nicht. Warte mal. Hier, und dieses, dieses komische Ding kommt einfach hier hin. Äh, wo haben wir denn den Blumenladen? Es wird schon wieder dunkel. Blumenladen? Warte doch mal. Wieso nimmt ihr mich hin? Ich hab immer noch Holz. Jetzt regelt es doch mal. Bring mich doch mal zu dem Holzladen. Und Beute, die Tür geht auf. Bäh. Komm schon. Ich hab keine Blumen. Doch, ich hab ne Blume. Aber. Irgendwo vielleicht. Hier. Gänseblümchen wollte die eine haben. Ne, ich hab keine Gänseblümchen. Ich hab Dings verkauft. Aber der nimmt kein Holz. Leute, was stimmt nicht mit dir? Hör auf zu hüppeln. Wo werde ich jetzt mein Holz los? Oh Gott, also spezifisch kenn ich mich auf Englisch nicht mit dem Pflanzennamen aus. Jetzt hör doch mal auf mit mir zu reden. Ich will nicht mehr mit dir reden. Mein Gott, ich will jetzt mein Holz los werden. Beute, los. Komm, wir suchen Holz. Hm, da rennt sie raus. Elia, komm her, jetzt sollst du es verkaufen. Ja, warte. Beute, Mann. Narzisse, ja okay, die Bilder sagen schon alles. Gänseblümchen. Siehst du nicht schnuckelig aus, Beute? Nicht, dass sie mir das mit dem Pflanzennamen. Alter, wieso nicht? Das war jetzt gerade fett eine Naraufnahme von meinen Brüsten. Dafür konnte ich nichts, weil du vor mir standest, ey. Ey, das Beutelchen in Ruhe. Ich lasse doch in Ruhe. Können wir jetzt Holz verkaufen? Sonst kommt T-Net über dich. Nee. Doch. Aber sowas kommt. Oh Gott, eine Naraufnahme von meinen Hintern. Danke, Beutel. Beutel, Beutel. Beutel, Beutel. Holz. Elia. Ja, Holz. Ja, was willst du eigentlich von mir? Dass du jetzt, wo ich mein Holz mal ticken kann. Komm schon. Ich will nicht gucken und lesen und nachdenken. Hab jetzt keinen Bock. Komm, helf mir mal. Ja, na klar, natürlich. Alle verfolgen mich. Suchst du jetzt nach Holz? Eigentlich nicht, nein. Warum nicht? Warum? Ich kann es halt. Komm schon. Guck mal, da liegt doch Holz. Was ist mit dem Holz? Beutel, wollen wir mal gucken? Waren wir hier nicht? Nee, hier ist es nicht. Elia. 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 Wo ist sie denn? Ach, da. Elia, wo ist sie denn? Ach, da. Mein Kampf, Keks, Geschwader. Es ist ganz schön dunkel, aber habe ich die Schatten schon auf low gemacht. Dunkel? Wieso ist es bei dir dunkel? Alter, schon wieder eine Narfnahme von meinen Hintern. Nur weil Beutelchen hinter mir steht. Dafür kann ich nichts, Leute. Aber irgendwie geht das bei dem... Oder warte mal. Was up? Hi. Mein Gott. Jetzt schon wieder eine Narfnahme. Oh Gott. Schon wieder eine Narfnahme von meinem Hintern. Was up? Ja. Was hat... Ach, hat er gerade Fürstin? Stand da gerade Fürstin? Was up? Fürstin, Kali? Ach ja, stimmt. Ich heiße so. Aha, da war ja... Irgendwann schon sagt, er sagt, ich wusste gar nicht, ich habe schon wieder vergessen. Nein, kaufe ich ein Cancel. Wo, wo, wo ticke ich denn jetzt mein beschissenes Holz? Wieso wird es hier grün, wenn ich hier ranklicke? Mein Gott. Na, komm doch mal jetzt, komm doch mal jetzt zu ihr hierhin. Wo bist du denn? Wo ist denn ihr? Ich bleib jetzt hier einfach stehen. Ich gehe nicht weg, Leute. Ne. Beutel? Beutel? Lass mal Mini. Ach. Ich bleib hier stehen. Warte mal, wir müssen uns umdrehen, Beutel. Komm mal mit. Ach, du, du stehst so treu. Ich komme. Beutel, Beutel, nicht gegen die Scheibe donnern. Hier? Wie die Holz? Alter, was soll ich denn hier... Ich krieg mal das an. Oh, was haben wir denn? Kauf ich Beutelchen. Nein, das daneben. Das hier. Ne, die will nicht, mein Holz. Dann müssen wir den richtigen finden. Doch, sie will mein Holz. Nice. Äh. Geil. Ich bin reich, Mann. Ich bin Zweiter. 122. Ich hole mir jetzt eine Axt, komm, Beutelchen. Ich hole mir jetzt eine Picke, Mann. Warte mal, sollte ich mir nicht ein T-Shirt kaufen gehen? Ja, eigentlich schon. Es ist so arschwünge, wo ist denn jetzt der Schmied hier? Was kann man dann kaufen für den Busen? Wohnen. Elia, such mal. Ich brauche was für meinen Busen. Äh, sind wir, glaube ich, schon dran vorbeigelaufen. Na toll. Dann wird es eben nichts für den Busen. Dann wird es halt was für die Hand. Hallo. Hi. Ich habe 122. Was kriegst du? Komm ran, Beutelchen, los. Hm. Eine Goldgießkanne. Wurdezu eine Schere? Brauchen wir nicht. Brauchen wir eine Schaufel? Müssen wir Löcher buddeln? Wahrscheinlich. Hä? Wozu brauche ich eine Bürste? Ich spüre keine Bürste. Aber hier sind Spitzhacke. Hm. Ich kann jetzt schon wieder... Warum kann ich denn jetzt schon wieder keine... Keine... What? Die ist doch viel zu teuer. Wo ist denn das denn? Keine Holzhacken machen. Hältst du eine Sichel? Ja, toll. Was willst du denn mit einer Sichel? Ach du Scheiße. Ich habe 122. Ich kann mir trotzdem hier den Rotz nicht leisten. Oh, so eine Kupferschaufel. Ich habe nur 23 auch Beutelchen. Alter, 800. Sag mal. Ich glaube, ich muss mal kurz Bücher lesen gehen. Tschüss. Beutelchen, du musst verkaufen. Wieso musst du jetzt Bücher lesen gehen? Erklär es mir. Weil ich keine Holzspitzhacke habe. Hm. Ich glaube, ich hatte eine, aber nur ein Gold, wa? Ich hatte in der letzten Folge eine Holzspitzhacke drin. Nee. Aber jetzt ist sie auf einmal weg. Buggy? Guck mal, Haare. Beutel, Beutel. Wo kaufen wir mir jetzt einen BH? Da, wa? Beutel, komm mal. Huhu. Äh, warte mal. Nee, ich will nicht mit Iris. Hier, was ist mit der hier? Ach, hier, hier. Nee, warte mal. Ich habe... Oh Gott. Ähm. So, was haben wir hier? Essen. Ach du Scheiße. Ach, nein. Hier, Weihnachtsgeschenke. Oh Gott. Das letzte Mal war hier aber was Besseres. Was ist denn mit dir? Oh Gott. Hab ich ja auch was gefühlt. Hast du... Nee, du bist einfach nur zum Quatschen da. Kann ich hier irgendwas anderes machen? Gucken? Die bieten nur... Alter, wo ist der... Wo ist die denn jetzt hin? Sag mal. Boah. Du bist was anderes. Oh, hi. 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 Was? Ach, keine Ahnung. Hm. Gut. Wieso ist die rausge... So, wie ist die hier jetzt eingekam? Sie war bestimmt geschockt von meiner nackten... Oberweite. Richtig? Ja, dann würde ich auch rennen. Warum? Oberweite ist doch recht attraktiv. Hi. Was denn? Was? Gar nichts. Ich würde sagen, folgend Päuschen. Ich komme hier ganz durcheinander, ja? Und ich muss ein bisschen schlafen. Du kommst ja immer durcheinander. Ich komme gar nicht durcheinander. Guck mal, da rennt, da rennt, da rennt, da rennt, da rennt's. Da rennt's, reizend. Gut, Lien. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Danke. Ich bin Platz 1, oben links. Guck mal. Und ich werde das einfach mal für Beutelschäden machen. Was? Ich grüße meine Fans. Oh Gott. Okay. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.